Was ist das für eine Schlange? Das ist eine Bohrkonstruktor. Eine Wirkesschlange ist das, oder? Und wo habt ihr die her? Die ist beschlagnahmt worden aus einer schlechten Haltung. Ja. Pass auf, dass sie dir nicht jetzt um den Hals geht. Nein, das meinen sie nicht. Ganz schön groß. Hallo, wir sind heute hier im Tierheim. Das ist Nico, der für die Hunde zuständig ist. Wir haben hier in Lübeck ein ganz tolles Konzept ausgearbeitet. Ihr haltet die Hunde nicht mehr im Zwinger, wie das früher üblich war, sondern habt eine Rudelhaltung. Kannst du dazu was sagen? Naja, es ist so, einmal ist es natürlich deutlich entspannter für die Hunde. Hunde sind soziale Wesen und brauchen darum natürlich irgendwie Sozialpartner. Erfahrungsgemäß in einem Bestand mit 40-50 Hunden mit 1-2 Pflegern, wie das in den Tierheimen ja nun mal so ist. Kannst du das als Mensch nicht in dem Maße sein? Ja. Also brauchen Hunde einander. So, jetzt machen wir hier den Käfig, den Auslauf sauber. Hier ist ja alles voll. Ja. Das kriegt man ja nicht weg. Ja, das kriegt man ja nicht weg. Das muss man vielleicht mit dem Schlauch machen, ne? Ja, das kriegt ja ja anders gut weg. Ja. 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 Ja, das muss man ja nicht umgeben. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020